Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. In diesem Video aus der Krita-Serie werde ich euch mal zeigen, wie ihr Control-Netz benutzen könnt. Und auch das ist sehr, sehr einfach. Passt auf. Okay, ich mache ein neues Bild. 1024x1024. So, da haben wir es schon. Und ich wähle mal Jibmix Realistic SDXL aus als Model. Jetzt, damit wir mal ein bisschen was anderes sehen. Control-Netz könnt ihr hinzufügen, indem ihr hier auf diesen Layer-Button mit dem Plus klickt. So, dann erscheint hier drunter nämlich was Neues. Und hier können wir hier vorne in dem Dropdown auswählen, welches Control-Net wir verwenden möchten. So, sagen wir zum Beispiel mal Depth. Jetzt brauchen wir natürlich erstmal ein Bild. Da gehe ich mal hier hin, sage einmal Bild kopieren, gehe in Krita zurück, sage Paste. Und ich möchte das einmal runterladen. Ja, so, da habe ich das Bild. Ich mache einmal STRG-T, dann können wir uns das ein bisschen zurechtziehen. STRG-T ist für Transform in Krita. So, rechtsklick, Apply. Jetzt kann ich nämlich hingehen und mit einigen der Control-Netz, die man sich hier auswählen kann, wie zum Beispiel Depth. Es gibt hier einmal ein Layer-Select. Da müssen wir einmal hier den, beziehungsweise das machen wir gleich. Im Moment haben wir noch keinen. Das Bild ist nämlich jetzt hier im Paint-Layer angekommen, das eingefügte Bild. Wir müssen jetzt erstmal hier diesen Magic-Button drücken, der mit diesen Sternen hier. Und wenn wir das nämlich machen, dann geht Krita, beziehungsweise Confi-UI hin und erstellt uns diese Depth-Map. Und gleichzeitig bekommen wir auch hier einen neuen Layer. So, die können wir auch ruhig wieder auf unsichtbar schalten. Jetzt können wir aber hier sagen, in unserer Control-Net-Area, wir wollen hier Control-Depth, den Layer verwenden. Und wenn ich jetzt sage, Watercolor-Painting of a Female Assassin und das Ganze mal laufen lasse, dann seht ihr schon, dass das Bild, was erzeugt wurde, ich mache mal Apply, das haben wir jetzt im Layer hier, sich an unserer Vorlage orientiert. Also hier hätten wir die Depth-Map. Das ist das Bild, was wir bekommen haben. Und das ist das Bild, was wir zum Erstellen der Depth-Map benutzt haben. Das Gleiche funktioniert auch mit Lineart zum Beispiel. Wir müssen aber das hier wieder einschalten, weil das, was hier zu sehen ist, also das Gesamtbild, alle Layer, die aktiviert sind, werden benutzt, um uns das Bild für das Control-Net zu erstellen. Ich drücke wieder auf die drei Sterne. Wir kriegen Lineart. Gleichzeitig wurde hier auch wieder ein Lineart-Layer hinzugefügt. Den können wir wieder unsichtbar machen. Hier wurde es auch ausgewählt. Und wir können auch hier wieder hingehen mit Generate, uns ein Bild erzeugen lassen. Und da ist es. Sagen wir auch mal Apply. Wir kriegen hier einen neuen Layer. Jetzt haben wir einmal das Bild, was wir mit dem Lineart erzeugt haben hier. Das Lineart ist immer noch darunter verfügbar auch. Wir haben aber auch noch das Bild, was wir mit dem Depth erzeugt haben. Da sind wir absolut flexibel gerade. Die Control-Net selber könnt ihr einmal mit diesem Schieberegler hier in der Stärke verändern. Oder mit den drei Punkten hier. Dann geht nämlich das hier auf und wir sehen schon, wenn wir den Schieberegler benutzen, dann werden verschiedene Presets automatisch ausgewählt hier unten. Falls ihr da mehr Kontrolle haben wollt, könnt ihr hier Use Custom Values nehmen und dann selber die Stärke des Control-Nets und die Range. Also ab welchem Punkt in der Image-Erzeugung das eingesetzt werden soll. Hier ist von 0 bis 80%. 80% von 30 Steps wären das dann. Da könnt ihr einstellen, wie weit es gehen soll. Also ab 80%, sagen wir mal hier 50%. Das ist gerade ein bisschen leichter zu rechnen. Dann würde der bei 15 Steps aufhören, das Control-Net anzuwenden und die restlichen 15 Steps nur noch rein mit dem Model machen. Das bedeutet diese Range. So und das mache ich nochmal aus, schließe das und natürlich könnt ihr dann hier mit dem Plus auch noch sagen, ich möchte eigentlich beide Control-Nets verwenden. Wir nehmen jetzt Line Art und Depth und wählen für Depth auch wieder unseren Depth-Layer aus. Dieser hier. Und wir sagen nochmal Generate. Und wir haben jetzt eine Kombi aus beiden Control-Nets gehabt, die wir auch hier mit der Stärke hätten regulieren können. Auch hier sage ich mal Apply. Jetzt haben wir hier eigentlich alle Varianten von Bildern. So und das funktioniert mit, ja könnt ihr euch ja aussuchen, was ihr hier braucht. Im Prinzip könnt ihr euch hiermit immer das Guidance-Bild, sage ich mal, generieren lassen und dann hier anwenden auf eure Image Generations, wie ihr es gerade braucht. Ich mache mal eben ein neues auf, ich zeige euch nämlich noch was. Und zwar gibt es hier noch andere Control-Nets und das ist einmal auch was ganz cooles eigentlich, Style. Und ich füge noch ein zweites hinzu, Composition. So. Style überträgt einen Stil und Composition überträgt eine Komposition eines Bildes. Also es ist jetzt nicht, dass ihr denken müsst, es ist sowas wie Line Art oder so, wo genau gesagt wird, wo irgendwas positioniert wird. Nein, es ist eher eine Komposition im Sinne von, eine Person steht vor irgendetwas und das und das ist noch auf dem Bild zu sehen, auf der linken Seite oder so. Also nicht so strict, eigentlich mehr so eine Beschreibung des Bildes und aufgrund dessen wird dann halt ein neues Bild generiert. Aus Conf.UI kennt ihr das vielleicht. Ich zeige es euch hier auch nochmal in Kriter. So, ich mache eben mal Insert as New Layer. Ich habe hier nämlich eine Tarot-Karte. So, ich werde die mal ein bisschen anpassen hier. Ist auch egal gerade, ob das dann sich ein bisschen verzieht oder nicht. So. Rechtsklick Apply. Gehe mal in unsere Layer. Das ist Tarot-Karte. Ich sage aber mal, der Layer soll Style heißen. Und ich werde noch einen anderen Layer hinzufügen mit Batman. So. Das hat schon die richtige Größe. Und ich sage, das ist jetzt Composition. Genau. Die beiden kann ich auch wieder unsichtbar schalten. Und ich sage jetzt, für den Style möchte ich einmal unseren Style Layer haben. Für Composition möchte ich den Composition Layer haben. Und ich sage wieder Watercolor Painting of Female Assassin. Und drücke Generate. So. Und ja, ihr seht schon. Der Stil ist, ich mache mal Apply. Dann gehen wir in die Layers. Der Stil ist so wie unsere Tarot-Karte. In etwa. Da kann man ganz deutlich den Stil erkennen. Während die Composition, so wie ich es eben gesagt habe, auch durchkommt, dass eine Person vor einem Hintergrund des Typs X steht. Ist jetzt ein bisschen blurry, neblig hier, steamy. Und das wurde aber auch hier übernommen. Und das ist halt auch eine sehr schöne Kombi, mit der man arbeiten kann. Wir könnten hier auch Composition wieder rausschmeißen und vielleicht nur den Stil verwenden. Dadurch geben wir dem Model natürlich an sich auch wieder ein bisschen mehr Freiheit, weil die Composition-Beschreibung fehlt. Und dann nur mit einem gewissen Stil arbeiten. Jetzt ist es hier, ich meine, das ist natürlich jetzt gleich, also ähnlich wie vorher, weil wir keine weiteren Promptings angegeben haben. Aber der Stil wird übertragen. Und das Schöne ist, es funktioniert halt einfach auch im Live-Modus. Wenn ich jetzt hier den, ich habe hier noch den Style-Layer weiterhin aktiviert. Machen wir mal unsere Bilder hier aus. Sage, ich möchte einen neuen Paint-Layer haben. Und auf dem zeichne ich. Der ist auch aktiviert, genau. Dann gehe ich mal in die Brushes rein. Das Ganze haben wir auch schon im Video für den Live-Modus gesehen. Und ich nehme jetzt mal hier so einen Grauton, sage Play und fange an hier irgendwie auch wieder hier so einen Code zu malen. So, mache den Hintergrund vielleicht hier noch ein bisschen auch dunkler. Dann geht es hier so ein bisschen ins Rote rein. Wobei Rot werden wir wahrscheinlich gar nicht so viel haben. Also ihr seht auch schon, dass das Rot jetzt ziemlich stark auch in den Stil übertragen wird. Gut, ich nehme nochmal schnell einen Hautton. Ich gebe mir da auch gar nicht so viel Mühe. Sage, hier möchte ich so ein bisschen das Gesicht haben. So. Und ja, den Rest mache ich einfach hier nochmal schwarz. Ziehen wir es hier nochmal durch. So. Und so. Soll jetzt fürs Erste reichen. So. Wir sehen auch hier, wenn ich jetzt mal sage Apply als New Layer, dass sich eigentlich ziemlich deutlich an den Stil gehalten wurde, den wir ihm vorgegeben haben. So. Und zu guter Letzt zeige ich euch noch ein anderes Control-Net. Dafür mache ich nochmal wieder ein neues Bild. Und zwar wird das das Face-Control-Net sein, mit dem wir einen Face-Swap machen können. Moment, da muss ich mal eben kurz meine Bilder rauskramen. Wir nehmen einmal das, Insert as New Layer. Auch hier mache ich einmal STRG-T, dass wir die Dame einmal korrekt ausrichten können. Das sieht schon gut aus. Und ich nehme einmal als Referenz das Bild hier von Pexels. Auch das müssen wir noch ein bisschen. Bist du ausgewählt? Du bist ausgewählt. Ich muss reinklicken. So. Das müssen wir auch noch ein bisschen auf die richtige Größe ziehen. So. Rechtsklick Apply. Und das können wir jetzt auch wieder unsichtbar schalten. So. Mit SDXL funktioniert das nicht so gut. Also da habe ich bisher noch keine guten Ergebnisse hier gekriegt. Ich weiß nicht warum. Deswegen gehe ich auf ein 1.5er Model. Epic Realism 1.5. Und was wir jetzt machen müssen hier ist, wir nehmen einmal das Freihandmaskierungstool. Wählen einmal hier alles aus, was so mit dem Kopf zu tun hat. Und nehmen hier für das FaceControlNet einmal unser Bild mit der blonden Frau, was ich als zweites eingefügt habe. Und was auch ganz gut funktioniert ist, wenn wir hier so ein bisschen mehr, nicht 100% den Noising machen, sondern ein bisschen Refine. Also mit der Stärke runter gehen, habe ich schon im Generate Video erklärt. Warten wir mal kurz ab, was passiert. Und wir kriegen ein paar Vorschläge. Das ist ja schon ganz okay, denke ich. Das können wir einmal nehmen. Wir machen Select und hier oben Deselect. Und jetzt haben wir... Der Kopf ist zu groß, sehe ich gerade. Da müsste man eigentlich nochmal, damit es schöner ist... Ich kann damit nicht leben. Sorry. Ich muss noch einmal... Undo Deselect. Und Undo... Ne, Remove Layer nicht. Wir können den Layer einfach hier wieder löschen. Remove Layer. So, ich will noch einmal drüber gehen. Ich schreibe nochmal A Blonde Woman. So, ist es jetzt besser geworden? Kopf ist immer noch zu groß. Äh, naja. Geschenkt. Deselect. Ähm, und hier könnt ihr auch wieder den Trick anwenden, dann, dass wenn wir hingehen und sagen... Also, auf der einen Seite, ne, es ist natürlich unsere... Es ist natürlich hier unsere Blonde Woman. Ne, nochmal zur Referenz. Sie ist es geworden. Das können wir hier natürlich, weil es ein nicht destruktiver Prozess ist und wir das Originalbild noch eben auf dem Layer hier unten haben, können wir natürlich ein- und ausschalten. Und hier könnten wir jetzt noch sagen, wir möchten hier eine Transparency Mask hinzufügen. Auch das habe ich im Live-Video schon mal gezeigt. Äh, gehe hier auf Schwarz, weil Schwarz bedeutet, ähm, es soll nicht mehr angezeigt werden. Moment, ich muss hier noch auf den Brush gehen. So, der ist zu groß. Wir nehmen den Brush ein bisschen runter. Und jetzt gehen wir hier einmal an den Rändern lang. Und können dann alles ein bisschen sauberer machen. Ab hier kommen die alten Haare wieder durch. Das heißt, hier gehen wir nochmal mit Weiß wieder hin. Und malen einfach die Haare wieder weg. So. Das hier sieht noch irgendwie ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, das ist... Ah, guck mal, hier geht's ein bisschen drüber, so. Ja, müssen wir dann so korrigieren. Dann haben wir es ein bisschen sauberer gemacht. Und, ähm, ja. Das ist im Prinzip das Face Swap Control Net. Ist relativ einfach einzusetzen. Mit SDXL waren die Ergebnisse nie gut. Deswegen nehme ich 1.5 hier. Aber da wir sowieso nur einen kleineren Bereich inpainten, ist die Größe des Bildes im Prinzip auch egal. Und ja, der Kopf ist zu groß. Aber ich denke, ihr habt verstanden, worum es geht. So, gut. Ja, drei Beispiele, an denen ihr euch langhangeln könnt. Und, ähm, die ihr selber nachmachen könnt. Und es gibt halt noch eine ganze Menge an anderen Control Netts hier, die vorgegeben schon, ähm, reinkommen mit Krita. Vorausgesetzt, ihr habt natürlich in der Installation hier, ich kann es euch nochmal zeigen, ähm, unter Connection hier alle Control Netts installiert. Ne, hier stehen die alle. Control Netts, Scribble, Lineart, Soft Edge, bla bla bla. Und hier unten auch für, äh, SDXL. Die müsst ihr hier natürlich alle angehakt haben und dann installiert haben. Dann, ähm, könnt ihr die auch hier benutzen. Ja, so, gut. Dann, ähm, ja, viel Spaß beim Selbermachen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder, in dem ich euch dann mal die Regions zeigen werde. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.